Hallo zusammen, das ist immer noch das Chapter 10, das ist Video 66. Das ist das Video, in dem wir unsere Diskussion zu AVL-Bäumen kompletieren werden. Okay, bevor ich hier anfange, würde ich euch gerne eine Erläuterung dafür geben, warum es in diesem Video vielleicht zu audiovisuellen Artefakten kommen kann, weil da draußen nämlich gerade wirklich das Monstergewitter abläuft. Okay, also hier, Achtung, extremes Unwetter erkannt, sagt Kachelmann, wenn der es sagt, dann muss es wohl stimmen. Hier ist richtig die Hölle los vom Fenster, richtig fette Blitze, so wie aus dem Bilderbuch. Mal schauen, ob die Stromversorgung hält, mal schauen, ob uns hier irgendwie mal so ein Donner dazwischen führt, wäre schon cool, wenn das irgendwie auf dem Audio-Track zu hören wäre. Das ist der Grund dafür, warum ich vielleicht manchmal irritiert so ein bisschen zur Seite raus schaue hier, alles klar. Also, tschüss, danke Kachelmann, das war's. Okay, ja, dann lasst uns mal wirklich kompletieren, was uns bei der AVL-Diskussion noch fehlt. Es fehlt uns nämlich eine Diskussion der Einfügeoperation. Das ist die Operation, die damit betraut ist, zu checken, ob denn vielleicht die Balance unseres AVL-Bäums irgendwie außer Symmetrie geraten ist und ob es an der Stelle irgendwie was zu reparieren gibt. Wie wir reparieren, das haben wir im letzten Video uns schon als Idee besorgt, nämlich durch sogenannte Rotationslinks- oder Rechtsrotationsoperationen auf dem Baum. Das wird unser Werkzeug sein, um die Balance wieder herzustellen. Die Einfügeroutine in die AVL-Bäume, das wird die AVL-Insert-Routine sein oder die rekursive Hilfsfunktion Tree-Insert, die wir uns dazu konstruieren werden, die wird unter anderem die Aufgabe haben zu checken, hey, wie steht's denn mit der Balance und falls die Balance nicht stimmt, eine Links- oder Rechtsrotation oder vielleicht sogar zwei davon, wie wir sehen werden, auszulösen. Das ist das Programm für dieses Video. Okay. Alles klar. Ja, weil AVL-Bäume spezielle BSTs, spezielle binäre Suchbäume sind, verwundert es nicht, dass wir einige von den Überlegungen auch hier an der Stelle wiederverwenden können. Genauso wie wir die Überlegungen zu Tree-Search wiederverwenden konnten, als wir uns um AVL-Search gekümmert hatten. Da konnten wir die Ideen von Tree-Search aus der BST-C0-Implementation quasi direkt importieren. Hier werden wir uns an den generellen Ideen von den BSTs und BST-Insert orientieren können, aber wir müssen dann schon Modifikationen einführen. Wie sehen diese Modifikationen aus? Wie sieht eine Einfügung in einem AVL-Baum aus? Okay. Sollte der AVL-Baum T, in dem wir ein neues Element E, hier ist es, einzufügen haben, sollte der tatsächlich leer sein, dann bleibt uns nichts anderes über, als ein neues Blatt zu erzeugen, einen neuen Blattknoten zu erzeugen, in dem genau das Element E lebt. Dieses einzelne Blatt, dieser einzelne Knoten ist dann auch tatsächlich das Resultat unserer Einfügeoperation. In diesem einzelnen Knoten kann irgendwie keine Ordnungs- oder keine Höhenvarianten verletzt worden sein. Das ist gleichzeitig das Resultat unserer Tree-Insert-Routine an der Stelle. Genauso haben wir das übrigens auch bei dem Tree-Insert für die BSTs gemacht. Anderer Fall. Sollte der Knoten T, den wir gerade unter Beobachtung haben, sollte der einen Key tragen, der identisch ist zu dem Key von E. Okay. Das hatten wir uns auch bei den BSTs schon überlegt. Dann implementieren wir eine Overwrite, eine Überschreiben-Semantik. Der bisherige Eintrag, der in dem Knoten T lebt, wird überschrieben und wird mit dem neuen Eintrag E an der Stelle hier ersetzt. Okay. Damit ist diese Operation an einer Stelle auch schon vorbei. Den Original-Knoten T, in dem wir jetzt gerade eben den Key ersetzt haben, oder das Element E in dem gleichen Key ersetzt haben, der bleibt irgendwie bestehen und unsere ganze Operation ist an der Stelle schon beendet. Ja. Ansonsten haben wir anscheinend einen Knoten T vor uns, der irgendeinen anderen Key trägt, einen Key, der nicht mit dem Key von E identisch ist. Dann ist es Zeit, in den linken oder rechten Teilbaum, ich nenne ihn hier mal Groß-T, von Klein-T abzusteigen. Wohin wir abzusteigen haben? Ja, das sagt uns die Compare-Funktion. Wir werden entweder in den linken oder rechten Teilbaum absteigen und dort rekursiv versuchen, das Element E in den jetzt identifizierten Teilbaum Groß-T einzufügen. Wir führen also genau diese Operation hier durch. Dabei kann es sein, dass Tree Insert einen neuen Baum für uns konstruiert, vielleicht Rebalance-Operationen ausführt, vielleicht ein neues Blattknoten adduzieren muss und so weiter. Das, was aus Tree Insert hier, aus diesem rekursiven Aufruf 5 hier herauskommt, das ersetzt den bisherigen Teilbaum Groß-T in unserem Knoten Klein-T. Auch das ist ein Verhalten, so wie wir es irgendwie von dem Tree Insert in den BSTs irgendwie implementiert haben und kennengelernt haben. Nichts Neues hier an der Stelle. Wenn aber das hier tatsächlich stattgefunden hat, wenn wir tatsächlich in Klein-T einen Teilbaum ersetzt haben, dann ist es jetzt tatsächlich Zeit zu checken, hey, hat diese Ersetzung dazu geführt, dass in Klein-T tatsächlich die Höheninvariante H verletzt wurde? Wer weiß, vielleicht ist der ersetzte Teilbaum, der ersetzte Teilbaum, der von Tree Insert zurückgeliefert wird, vielleicht hat der eine andere Höhe, eine andere Höhe als der Original-Teilbaum Groß-T. Sollte sich die Höhe erhöht haben, ist das das Potenzial dafür, dass sich tatsächlich jetzt eine Imbalance einstellt und wir die Höheninvariante verletzt haben. Wollte das tatsächlich der Fall sein, dann ist es jetzt an der Zeit, unseren Teilbaum-T, unseren Knoten-Klein-T hier an der Stelle tatsächlich zu rebalancieren. Okay, darum wird der außer Balance geratende Baum Klein-T in eine Rebalance-Function gesteckt. Ihr seht hier dieses kleine Quadrat, das ist ein Platzhalter für ein Left und ein Right. Wir werden eine rechts- und eine links-rotierende Variante für eine Rebalance-Operation implementieren. Wir werden dann die korrekte Variante auswählen, wir werden das T durch die rebalancierte Variante setzen und dieses T, das rebalancierte T, das ist dann das Resultat unserer Tree-Insert-Routine. Okay, also eigentlich business as usual. Was sich ändert, ist hier tatsächlich der Check für die Balance und das eventuelle Rebalancieren unseres Baums-T hier an der Stelle. Das ist etwas, was wir auch in der Logik der Funktionen AVL-Insert und Tree-Insert jetzt irgendwie ausmachen müssen. Lass uns mal kurz in AVL.C0 rüber schalten. Was wir da finden müssten, wäre eine rekursive Tree-Insert-Routine, die fast so schmeckt wie die von BSTs, die aber hier den Punkt 4 implementiert, den Höhencheck irgendwie implementiert und auch das Rebalancing ausführt. Okay, also rüber in unser AVL.C0-File. Okay, da ist die AVL-Insert-Routine und wie auch zuvor ist das nur ein sehr, sehr kleiner Wrapper um den eigentlichen Aufruf der rekursiven Tree-Insert-Routine, die für uns die ganze dreckige Arbeit macht. Wir versuchen, das Element E einzufügen und wir versuchen es an der Wurzel unseres AVL-Baums. Okay, was wird Tree-Insert probieren? Okay, Tree-Insert. Hier ist die Tree-Insert-Routine. Alles klar. Ja, Tree-Insert wird checken, ob tatsächlich an der Stelle ein leerer Teilbaum T vorliegt. Einen leeren Teilbaum mit einem neuen Element E zu beladen, bedeutet, einen neuen Blattknoten zu allozieren. Genau, das mache ich hier an der Stelle. Diesen Knoten gab es zuvor noch nicht. Der Key, Entschuldigung, der Key, den wir hier in diesem neuen Blattknoten speichern werden, das wird natürlich genau unser Element E sein. Ganz hervorragend. Weil wir ein Blatt alloziert haben, wird die Höhe dieses Blattes 0 sein. Alles klar. Wir werden ein Blatt allozieren, also trägt es keinen linken und rechten Teilbaum. Beide linke und rechte Teilbaum-Pointer werden hier auf Null gesetzt. Das ist aber auch schon das Ergebnis unserer Einfüge-Operation. Mehr gibt es an der Stelle nicht zu tun. Ganz hervorragend. Alles klar. Sollten wir keinen leeren Teilbaum vor uns haben, dann trägt der Knoten T anscheinend selber schon ein Key-Value. Und wir als neues Element E werden uns gegen diesen Key-Value behaupten und vergleichen müssen. Vielleicht trägt E genau den gleichen Key, wie das auch der Knoten T schon getan hat. Dann wird die Ausgabe von Compare genau 0 sein und wir ersetzen in diesem Knoten T einfach das bisher gespeicherte Element durch unser neues Element E hier an der Stelle. We modify existing entry. Das ist genau diese Überschreiben, diese Overwrite-Semantik, die wir an der Stelle beschrieben haben. Alles klar. Vielleicht ist mein Key E, den ich hier zu testen habe, gegen den Key von T, aber auch kleiner als der Key von T. Dann müssen wir die Einfüge-Operation im linken Teilbaum vom T fortsetzen und genau das ist der rekursive Aufruf, den wir an der Stelle durchzuführen haben. Vielleicht wird hier ein neuer Baum berechnet, ein neuer linker Teilbaum berechnet. Diesen neuen linken Teilbaum, den werden wir mit dem alten linken Teilbaum hier in T tatsächlich ersetzen. Okay, ganz hervorragend. Jetzt wäre bei den BSTs eigentlich Schluss. Aber bei den AVLs werden wir einen weiteren Aufruf, diesen Rebalance-Aufruf durchführen. Okay, der entsprechende Check, ob tatsächlich Rebalance-Arbeit zu leisten ist, ob diese Operation nicht vielleicht nur die Identität sein kann, weil die Höheninvariante in T noch vollkommen in Ordnung ist. Dieser Check, der lebt in der Funktion Rebalance-Left selber. Okay, wir werden sehen, dass sich eine entsprechende Abfrage ganz am Anfang von Rebalance-Left befindet. Gibt es in T überhaupt eine Verletzung der Höheninvariante? Falls nein, dann belassen wir es beim alten T und das hier war die Identität. Falls ja, werden wir checken, welche der Links- oder Rechts-Rotationen des AVL-Baums T an der Stelle notwendig ist, um wieder Balance herzustellen. Das wird den Baum verändern. Diesen veränderten Baum, den werden wir hier in T zurückbekommen. Alles klar. Ja, und auf der rechten Seite sieht es ganz symmetrisch aus. Sollte sich beim Compare herausstellen, dass unser neues Element E größer ist als der etablierte Key. Dann ist das Ergebnis von Compare tatsächlich C größer 0. Dann fügen wir rechts ein, werden rechts einen neuen Teilbaum irgendwie bekommen. Wir werden entsprechend mit dem Rebalance-Right-Aufruf hier an der Stelle checken, dass wir nach einer Einfügung hier rechts tatsächlich auch wieder die Balance herstellen. Und der Baum, der Baum T, der durch die Rebalancierung entweder hier oder hier entstanden ist, das ist genau das Ergebnis, das wir zurückliefern werden. Entschuldigung. Okay, insofern ist das eine erweiterte, eine erweiterte BST-Insert-Logik erweitert jeweils an den richtigen Stellen hier um diese Rebalance-Aufrufe. Okay, ganz hervorragend. Das ist das Erste, was wir zu beobachten haben. Wie sieht es jetzt aus? Wie kann ich tatsächlich feststellen, welche Fälle können mir passieren, wenn es sich hier um diese Rebalancierung dreht? Darüber sprechen die beiden nächsten Folien 17 und 18. Hier geht es tatsächlich um die Rebalancierung. Und wir müssen hier einige Fallunterscheidungen treffen. Eigentlich müssen wir sogar vier Fälle unterscheiden. Den ersten der Fälle, den Fall 1, den ich hier mit rechts, rechts abkürze. Wir werden gleich sehen, wieso. Den werde ich hier auf den Folien darstellen. Ich werde auch den Fall rechts, links auf der nächsten Folie, auf der Folie 18 diskutieren. Die anderen Fälle, die uns passieren können, die Fälle links, rechts und links, links, die Fälle 3 und 4, die werdet ihr natürlich in dem entsprechenden Code vorfinden, in dem Code des Files AVL.C0. Sie sind sehr, sehr symmetrisch angelegt zu den Fällen 1 und 2, die wir explizit besprechen werden. Wenn ihr die Fälle 1 und 2 verstanden habt und irgendwie seht, was da tatsächlich passiert, dann könnt ihr die Fälle 3 und 4 daraus irgendwie sehr, sehr einfach herleiten. Okay. Alles klar. Ja, die Ausgangssituation, die Ausgangssituation unseres AVL-Bäumes sei mal die hier, die in 1 dargestellt ist. Hier ist alles in Ordnung. Von der Ordnungsinvariante gehe ich jetzt sowieso einfach immer mal aus. Worum es mir hier geht, ist die Höheninvariante, die ja potenziell verletzt und dann auch repariert werden müsste. Das ist der Baum, bevor wir unsere Einfügeoperation irgendwie durchgeführt haben. Wie sieht es aus mit den Höheninvarianten? Ja, hier aus der Sicht des Knotens T seht ihr, dass der Teilbaum auf der rechten Seite auf der Höhe H plus 1 lebt und dass der linke Teilbaum auf der Höhe H lebt. Okay. Das ist der Fall, den wir hier tatsächlich vorliegen haben. Ich habe mir die Bäume so ein bisschen ungewöhnlich gezeichnet, sodass ganz explizit wird durch die Platzierung der entsprechenden Wurzelknoten auf welchem Niveau, auf welchem Höhenniveau die sich jeweils befinden. Okay. Ganz klar, dass sich hier der Knoten T auf dem Höhenniveau H plus 2 befinden muss, wenn sich sein rechter Teilbaum hier mit der Wurzel Z schon auf H plus 1 befindet. Und entsprechend befinden sich die Höheniveaus der Teilbäume hier unter Z auf dem Höheniveau H. Jetzt beginnt eine Einfügeoperation und zwar ist der Fall recht rechts, dadurch gekennzeichnet, dass wir hier aus der Sicht von T im rechten Teilbaum, im rechten Teilbaum des rechten Teilbaums hier in dem Teilbaum, der die Wurzel Y hat, tatsächlich einfügen werden. Darum hier die entsprechende Markierung, die entsprechenden Key-Werte des Elementes, das wir einfügen wollen, das führt uns bei der rekursiven Suche hier tatsächlich in den rechten Teilbaum hier unten in dem Baum, der tatsächlich die Wurzel Y trägt. Alles klar. Ja, und lasst uns annehmen, lasst uns annehmen, dass durch diese Einfügung hier in diesen Teilbaum Y tatsächlich was Interessantes entsteht. Der Teilbaum Y verändert sich in seiner Höhe. Eben hatte er noch die Höhe H. Jetzt nach der Einfügung hat er tatsächlich die Höhe H plus 1. Ihr seht hier, das ist immer noch der Teilbaum mit der Wurzel Y. Hier hat die entsprechende Einfügung stattgefunden. Jetzt ist er tatsächlich auf Höheniveau H plus 1. Die anderen Teilbäume hier sind davon unnicht betroffen gewesen und befinden sich weiterhin auf ihrem Höheniveau H. Das hatten sie aber auch vorher schon an der Stelle. Alles klar. Ja, mal gucken, wie es denn jetzt mit dem Assessment unserer Höheninvariante aussieht. Aus der Sicht des Knoten C sieht noch alles ganz in Ordnung aus. Eben war unter C alles vollkommen balanciert. Jetzt hat der rechte Teilbaum die Höhe H plus 1. Der linke Teilbaum hat die Höhe H. Okay, das ist eine Höhendifferenz von 1, aber aus der Sicht der H-Invariante Checkmark dahinter, alles wunderbar. Aber es sieht anders aus für den Knoten T, für den Wurzelknoten des Teilbaums, den wir uns hier gegriffen haben. Okay, der rechte Teilbaum hat jetzt eine Höhe von H plus 2. Okay, also tatsächlich ist die Höhe von Z hier geändert worden. Sie liegt bei H plus 2. Weil einfach der rechte Teilbaum sich in der Höhe geändert hat. Okay, also der rechte Teilbaum von T liegt bei H plus 2. Der linke Teilbaum liegt zwei Höhenniveaustufen darunter auf Höhe H. Das ist eine Verletzung der Höheninvariante. Okay, damit sind wir genau hier an der Stelle der Diskussion, wie sie in der Slide unter dem Punkt 2 hier genannt wird. H ist tatsächlich für unseren Knoten T verletzt, hier in der Grafik mit der 2. Wie wird das repariert? Wir haben das im letzten Video irgendwie kennengelernt. Durch eine Linksrotation, durch eine Linksrotation bei T, bei dem Knoten, der tatsächlich das Problem besitzt, durch eine Linksrotation kann man Höhendifferenzen unterhalb von T ausgleichen. Okay, also werden wir eine Linksrotation ausführen. Die wird dazu führen, dass der Knoten Z hier seine entsprechende Position ändert und den Platz von T einnimmt und T irgendwie weiter nach unten getauscht wird in so einem richtigen Modus einer Linksrotation wird getauscht. Okay, was sich dann ergibt ist das Bild hier unter der Nummer 3 und da ist ein Haken dahinter, das bedeutet, alles klar, an der Stelle ist irgendwie die Reparaturarbeit tatsächlich schon beendet worden. Lass mal checken, ob da tatsächlich alles stimmt. Tatsächlich scheint jetzt der Wurzelknoten hier das Z zu sein. Der rechte Teilbaum hier, das Y, hängt immer noch rechts unterhalb des Z. Natürlich hat er immer noch die Höhe H plus 1 wie zuvor auch. Y hat hier die Höhe H plus 1, Y hatte hier vorher die Höhe H plus 1. Wir haben an dem Teilbaum mit der Wurzel Y überhaupt gar nicht gedreht. Dort hat sich überhaupt gar nichts geändert. Alles klar. Das Z bleibt damit auch weiterhin auf der Höhe H plus 2 und das war auch hier in dem entsprechenden Fall der Fall. Überhaupt haben sich die Höhen der ganzen Teilbäume hier bei den Rotationen, wie wir schon beobachtet haben im letzten Video, überhaupt gar nicht geändert. Denn wir reichen eigentlich in diese Teilbäume bei den Rotationsoperationen überhaupt gar nicht hinein. Diese beiden Teilbäume werden beide auf ihrer Höhe H verbleiben und tatsächlich sieht man, dass er hier nach der Rotation werden die beiden noch auf der Höhe H verbleiben. Wie sieht es aus mit unserem Knoten T, der hier nach unten links rotiert wurde? Der behält seinen linken Teilbaum, der auf der Höhe H war. Er erbt jetzt den zuvor. Diesen Teilbaum, diesen Teilbaum des Knoten Z, das ist jetzt der neue rechte Teilbaum, den wir unter T gehängt haben. Also man sieht das hier auch, was bisher irgendwie noch links unter Z hing, jetzt rechts unter T. und das ist die neue Struktur des Baumes. Wie sieht es mit den entsprechenden Höhen unterhalb von T aus? Ja, es sieht gesund aus. Beide diese Bäume haben beide eine Höhe von H. Eine vollkommen ausgelegene Situation, die dazu führt, dass T eine Höhe von H plus 1 hat. Hier im Knoten T ist überhaupt kein Problem bezüglich der Höhenvariante. Bezüglich dieses Knotens gibt es auch kein Problem in der Höhenvariante. Beide Teilbäume leben hier auf der Höhe H plus 1. Tatsächlich ist die Höhenvariante hier repariert. Wir wissen, dass durch diese Baumtransformation, durch die Linksrotation, die entsprechende Ordnungsvariante irgendwie nicht verletzt wurde. Hier in den Teilbäumen hat sich nichts geändert. Das ist eine Überlegung, die wir schon im letzten Video gemacht haben. Damit ist die O-Invariante und die H-Invariante an der Stelle wieder hergestellt. Und ja, unsere Reparaturaktion wäre an der Stelle tatsächlich beendet. Das wäre der Fall. Rechts, rechts. Rechts, rechts deshalb, weil uns unterhalb des Knotens T hier die Einfügung im rechten Teilbaum getroffen hat. Das war die Einfügung, die uns getroffen hat. Ihr könnt euch schon vorstellen, wie der nächste Fall aussehen wird. Das wird der Rechts-Links-Fall sein. Wir werden in den rechten Teilbaum absteigen, aber hier innerhalb des rechten Teilbaums im linken Teilbaum eine Einfügung. Und wir sehen, und das ist der Fall rechts, links oder der Fall 2, wie er hier auf Folie 18 diskutiert wird. Okay? Also, das ist wieder die Ausgangssituation hier. Alles klar. Jetzt wird uns die Insert-Operation im rechten, linken Teilbaum treffen. Darum hier die entsprechende Markierung mit dem Insert, die ich hervorgehoben habe. Einfügung im linken Teilbaum Y von dem rechten Teilbaum Z. Alles klar. Und wieder gehen wir davon aus, dass tatsächlich was Interessantes passiert. Wir gehen davon aus, dass sich tatsächlich die Höhe von Y an der Stelle jetzt wieder ändert. Eben war die Höhe von YH. Jetzt ist die Höhe von YH plus 1. Eben war die Höhe von ZH plus 1. Jetzt wird die Höhe von ZH plus 2 sein. Aus der Sicht von Z ist noch alles in Ordnung. Linker Teilbaum Höhe H plus 1, rechter Teilbaum Höhe H. Alles in Ordnung. Aus der Sicht von T gibt es jetzt wieder ein Problem. Was eben noch in Ordnung war, ist jetzt ein Problem, weil sich hier die Höhe des rechten Teilbaums erhöht hat. Z liegt auf Niveau H plus 2. Der linke Teilbaum, der Teilbaum T1, wie wir ihn gleich im Code nennen werden, der lebt hier im entsprechenden Höheniveau H. Differenz, eine Differenz von diesem zu diesem von 2. Das ist eine Höhendifferenz, die von der Höhenvariante H nicht mehr akzeptiert wird. Es muss entsprechend repariert werden. Okay. Ja, und diesmal wird die Reparatur in zwei Schritten vor sich gehen. Ihr seht, dass jetzt von hier, von Schritt 2 zu Schritt 3 schon Strukturumformungen stattfinden werden. Okay. Aber hier, hinter der 3 fehlt der Haken. Das ist noch nicht der letzte Schritt in unserer Reparatur. Wir brauchen zwei Rotationen, um diese entsprechenden Fall rechts, links korrekt zu behandeln. Okay. Die erste Rotation, die wir durchführen werden, ist eine Rechtsrotation hier durch den Knoten Z. Das ist genau das, was hier unter dem Punkt 3 irgendwie dargestellt wird. Wenn ich eine Rechtsrotation unter dem Knoten, durch den Knoten Z irgendwie hindurchführe, ja, dann wird sich dieses entsprechende Bild hier einstellen. Ihr seht, das Z ist tatsächlich um 1 irgendwie nach unten gewandert. Das vormals linke, der Wurzel des linken Teilbaums ist tatsächlich nach oben gewandert. Hier findet sich jetzt tatsächlich das Y. Das ist die Situation, die sich einstellt. Wer denkt, dass er diesen Baum oder diese Situation eines AVL-Baums oder eines fast AVL-Baums, weil er nämlich die AVL-Variante noch verletzt, wenn er die schon mal gesehen hat, ja, dann hat er recht. Das ist tatsächlich genau die Situation aus unserem Fall 1. Aus unserem Fall rechts rechts, den wir gerade auf der vorherigen Slide gesehen haben, vergleicht dort auf der vorherigen Slide, auf Slide 17, den entsprechenden Situation 2 mit der Situation 3, die wir jetzt durch eine Rechtsrotation bei Z hergestellt haben. Das ist genau die gleiche Situation. Das ist eine Situation, die leider noch die AVL-Invariante verletzt. Ihr seht das hier aus der Sicht. Hier gibt es die Höhe H plus 2. Auf der linken Seite hat sich die Höhe H irgendwie noch eingestellt. Das ist immer noch eine Diskrepanz, immer noch eine Spannung zwischen linken und rechten Teilbaum. So können wir das an der Stelle noch nicht stehen lassen. Wir haben uns aber unserem Ziel schon genähert, denn wir wissen, wie wir diese Situation bereinigen und reparieren können, nämlich durch eine entsprechende Linksrotation, eine Linksrotation durch den Knoten T hier an der Stelle. Und genau das ist das, was wir jetzt im nächsten Schritt durchführen werden. Das ist genau das, was wir hier im Schritt 4 durchführen werden. Und das Schritt 4, wie ihr hier sehen könnt, ist tatsächlich der Haken gesetzt. Danach ist alles in Ordnung. Der Schritt 4 ist eine Linksrotation beim Knoten T. Die Linksrotation beim Knoten T wird uns mit diesem entsprechenden Baum hier hinterlassen. Das T ist tatsächlich wieder durch die Linksrotation nach unten gewandert. Der vormals rechte Teilbaum Y ist jetzt tatsächlich nach oben gewandert und stellt jetzt hier die neue Wurzel dar. Schaut euch die entsprechenden Höhenniveaus an, die sich eingestellt haben. Hier gibt es überhaupt gar kein Problem mehr mit der Höhen in Variante H. Bezüglich der Teilbäume sind die sind natürlich die Höhen nicht verändert worden. Natürlich sind auch die entsprechenden Ordnungsinvarianten nicht verletzt worden. Links- und Rechtsrotation und auch Kompositionen davon von Schritt 2 zu 3 zu 4. Die Komposition von einer Rechts- und einer Linksrotation hat an der Stelle natürlich wiederum nicht die Ordnungsinvariante verletzt. Und darum ist das die Endsituation, die wir herstellen im Fall 2 oder im Fall Rechts-Links. Okay. Ja, das ist so ein bisschen asymmetrisch, die Behandlung der Fälle Rechts-Rechts- und Rechts-Links. Und man könnte sich fragen, Mensch, hätte ich nicht einfach besser reagieren können, hätte ich nicht hier auf Folie 18 hier statt der Reparatur, die du vorgeschlagen hast, hätte ich da an der Stelle nicht gleich mit einer Links-Rotation irgendwie arbeiten können und nur mit einem Rotationsschritt, hier diese problematische Situation 2, sofort in eine reparierte Situation irgendwie umwandeln können. Darum, weil das nicht geht, darum hier nur der kurze Hinweis, hier auf der rechten Seite der Slide 19. Ich habe das extra mit so einem Stopp-Symbol hier gekennzeichnet, weil das in eine Sackgasse führt, hier an der Stelle. Eine Links-Rotation bei T im Fall 2, 2, also im Fall Rechts-Links, zweite Situation, ist nicht ausreichend, um H zu gewährleisten. Um das ein bisschen expliziter zu machen, habe ich für euch einfach mal die Links-Rotation in dieser Situation tatsächlich mal durchgeführt. Was sich dadurch ergeben würde, wäre eine Situation der folgenden Form, ihr könnt das einfach mal zu Hause, do it at home kids, in diesem Fall darf man tatsächlich zu Hause mal ausprobieren, es würde sich diese Situation einstellen, hier im Knoten-Set in der neuen Wurzel, hätten wir immer noch die Diskrepanz, wir hätten immer noch eine entsprechende Höhenunterschied von hier H und hier entsprechend wie H plus 2, das ist ein echtes Problem, an der Stelle, das ist immer noch eine Höhen-Invarianten-Verletzung und die Links-Rotation alleine hätte uns da keine Lösung verschafft. Ja, alles klar, das sind die Fälle 1 und 2, die Fälle rechts-Rechts und rechts-Links. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Fälle links-Rechts und links-Links aussehen werden, die jeweils die symmetrischen Fälle behandeln, wenn aus der Sicht des Knotens T, lass uns mal zurückschalten, wenn aus der Sicht des Knotens T nicht jeweils der rechte Teilbaum durch die Einfügung betroffen ist, sondern der linke Teilbaum durch die Einfügung betroffen ist. Okay, das kann man aber wie gesagt äquivalent verfolgen und im Code AVL Punkt 10 Null werdet ihr natürlich die entsprechenden Fälle, alle vier Fälle irgendwie behandelt sehen und auch entsprechend mit Kommentaren versehen, sodass ihr die hoffentlich nachvollziehen könnt, die ganzen Klamotten. Ja, dann würde ich sagen, lass uns noch mal rüber schalten in den Code und lass uns dort versuchen nachzuverfolgen, ob wir tatsächlich beobachten können, was sich was sich dort in dem Code vollzieht und ob das irgendwie was mit der Slide zu tun hat, die wir gerade irgendwie besprochen haben. Also nochmal zurück in unser AVL Punkt 10 Null File und lasst uns mal die Fälle Cases 1 und 2 die Cases 1 und 2 hier an der Stelle irgendwie versuchen zu verfolgen. Hier, da werden die Cases 1 und 2 oder die Fälle 1 und 2 nämlich der rechte Teilbaum des rechten Teilbaums und der linke Teilbaum des rechten Teilbaums. Das sind genau die Fälle rechts rechts und rechts links, wie ich sie auf den Slides betrachtet habe. Das sind genau die Routine, die an der Stelle für uns die entsprechende Arbeit macht. Okay. Ihr seht hier in dem Fall rechts rechts hat uns tatsächlich die entsprechende Einfügung hier unten in dem rechten Teilbaum Y von Z getroffen. Im Fall rechts links hat uns hier in dem linken Teilbaum vom Z die entsprechende Einfügung getroffen. So könnt ihr die entsprechende Übereinstimmung der Cases 1 und 2 und der entsprechenden Fälle 1 und 2 rechts 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 links mit den Folien irgendwie herstellen. Okay. Die Routine, die uns hier an der Stelle irgendwie helfen wird, ist die Rebalance Right Routine. Und die Rebalance Right Routine ist die Schwester Routine zu der Rebalance Left Routine. Beide kommen zum Einsatz, wenn es um die um die Rebalancierung in AVL oder in 3 Insert geht. Okay. Ganz hervorragend. Alles klar. Dann lasst uns doch mal kurz reinschauen hier in den Code von Rebalance Right, was da tatsächlich passiert. Wie gesagt, es ist einfach nur die programmatische Umsetzung der Überlegungen, die wir uns gerade auf den Slides irgendwie gemacht haben. Alles klar. Lass uns mal, genau, lass uns mal hier in, vor allem den Fokus hier auf diesen entsprechenden Fall hier legen. Alles klar. Dort steigen wir mit der Wurzel T ein, besorgen uns einen Pointer oder einen Namen für den ganz linken Teilbaum T1 und für den rechten Teilbaum vom T, den wir Z nennen. Und das ist genau das, was hier an der Stelle stattfindet. Wir haben ein Problem in der Rebalance-Routine, haben wir ein Problem, wenn sich aus der Sicht des Knotens T hier in dem linken Teilbaum und in dem rechten Teilbaum tatsächlich einen Höhenunterschied eingestellt hat. Falls es hier kein Problem gibt, kein Höhenunterschied Problem gibt, dann bleibt uns an der Stelle auch keine Rebalance-Arbeit zu leisten. Das Einzige, was uns hier an der Stelle vielleicht zu leisten gibt, ist dann noch, die Höhe von T anzupassen. Okay? Ja, da kommen wir gleich noch ganz am Ende der Diskussion dieser entsprechenden Routine drauf. Okay, also, wir würden also die Höhen der Teilbäume T1 und die Höhen der Teilbäume Z, des linken und des rechten Teilbaums von T, die würden wir checken. Okay? Sollte sich dabei tatsächlich herausstellen, dass die Höheninvariante verletzt wurde, dass die Differenz zwischen dem Teilbaum Höhe Z und der Teilbaum Höhe T1 tatsächlich größer ist als 1, dann haben wir tatsächlich Arbeit zu leisten und müssen tatsächlich Rebalancing-Arbeit ausführen. Sollte tatsächlich diese Höhe verletzt sein, dann gibt es einen Höhenunterschied von 2. Höhenunterschiede ändern sich bei Einfügeoperationen immer nur in einer Stufe von 1. Eine Einfügeoperation kann jeweils in einem Teilbaum diesen Teilbaum jeweils nur um eine Stufe höher machen und nicht um zwei oder mehr Stufen höher machen. Darum sollte ich feststellen, dass tatsächlich die Höhenwerte verletzt ist, dann weiß ich, dass die Höhendifferenz zwischen dem linken Teilbaum Z und dem rechten Teilbaum T1 tatsächlich genau 2 ist und mit dem Assert werde ich das hier an der Stelle auch entsprechend checken. Jetzt gibt es noch festzustellen, ob uns die entsprechende Einfügung des neuen Elementes in dem rechten Teilbaum vom Z oder in dem linken Teilbaum vom Z getroffen hat. Das ist die entsprechende Abfrage, die wir an der Stelle stellen werden. Wir gucken uns einfach die beiden Teilbäume unter Z an und schauen auf deren Höhe. Hat sich der rechte Teilbaum unter Z verändert und ist tatsächlich in seiner Höhe gewachsen, dann gibt es hier tatsächlich Arbeit zu tun und wir sind offensichtlich in dem Fall Right Right. Z ist der rechte Teilbaum vom T. Hier haben wir festgestellt, dass der rechte Teilbaum vom Z tatsächlich von der Einfügung getroffen wurde. Dann sind wir im Fall Right Right und haben auch die entsprechende Arbeit zu leisten. Wir wissen, wie in dem Fall Right Right zu operieren ist. Das ist die Diskussion von unserer Slide 17 gewesen. Tatsächlich müssen wir da an der Stelle mit einer Linksrotation von T operieren und genau das wird hier an der Stelle auch durchgeführt. Die Linksoperation von T. Ganz hervorragend. Das ist das neue T und das wird auch das T sein, das wir nach der Rebalance-Operation hier tatsächlich wieder zurückgeben werden. Okay, damit ist eigentlich der Fall Rechts-Rechts an der Stelle behandelt. Ansonsten hat anscheinend die Einfügung uns in dem linken Teilbaum von Z getroffen. Das ist der Fall rechter Teilbaum Z, aber im linken Teilbaum wurde eingefügt. Im linken Teilbaum ist tatsächlich eine größere Höhe festgestellt worden. Dann brauchen wir zwei Rotationen. Eine Zwei-Rotation Einmal eine Rechts-Rotation in Z und dann eine entsprechende Links-Rotation in der entsprechenden Wurzel T. Zwei Rotationen bringen uns in dem Fall Rechts-Links wieder in eine Situation, in der die Höhen-Invariante repariert wurde. Eingestreut im Code seht ihr hier diese Assertions, die uns sicherstellen und die uns Klarheit darüber verschaffen, dass die Baumstrukturen, die wir hierhergestellt haben, dass sie tatsächlich der Erwartungen entsprechen, die wir auch auf unseren Slides dokumentiert haben. Wir sind hier, lass uns das mal checken, wir sind hier gerade im Fall rechts-Links, also im Fall 2 und haben tatsächlich hier beide Rotationen schon ausgeführt. Dann lass uns mal auf die richtige Slide gehen. Wir sind im Fall rechts-Links, haben aber schon beide Rotationen ausgeführt. Das ist der entsprechende Fall hier. In unserer Assertion, da wurde ein Vergleich hergestellt durch die Höhe des Baumes T. Nicht vergessen, der neue Baum T, der hier konstruiert wurde, hat tatsächlich seine Wurzel jetzt hier oben. Das ist nach der zweiten Rotation tatsächlich die Wurzel des entsprechenden Baumes. Die soll um 2 höher liegen als die Höhe des Teilbaumes T1. Die Höhe des Teilbaumes T1, das ist der Teilbaum T1, der ganz links stehende Teilbaum. Erinnert euch an den entsprechenden Code, an den Code-Kommentar aus einem Pfeil AVL10. Der Höhenunterschied zwischen diesen beiden ist tatsächlich 2. Das ist das, was uns hier die Grafik suggeriert hat. Die entsprechende Assertion hier in unserem Code gibt uns die Gewissheit, dass das tatsächlich auch passiert ist und wir eine Baum-Transformation durchgeführt haben, die genau unseren Erwartungen entspricht. Okay. Ich denke, dieser Code müsste eigentlich eine saubere Implementation der Rotationen und der Rebalancierungs-Operationen sein, wie wir ihn auf der Slide vorgeschlagen haben. Okay. Ich hatte ganz oben gesagt, Mensch, wenn denn überhaupt gar keine Höhendifferenz-Verletzung vorliegt und der rechte und der linke Teilbaum meines Knotens T tatsächlich bezüglich der Höheninvariante irgendwie noch gleich genug sind, dann ist an der Stelle jedenfalls keine Rebalancierungsarbeit zu leisten. Das Einzige, was uns noch an Arbeit treffen könnte, ist die Höhe von unserem Knoten T zu fixen. Okay. Also kein Rebalancing ist hier an der Stelle Required oder benötigt, aber wir müssen vielleicht unter Umständen die Höhe von T fixen. Okay. Ja, wenn das nicht ganz klar ist, dem lade ich noch mal ein, hier ganz zurück zu schalten auf die Folie 17 zum Beispiel. Ja, wir befinden uns in einer Situation, in der die Einfügung hier, in der die Einfügung hier in diesem Baum irgendwie kein Problem verursacht hat. Nehmt also mal an, dass hier der linke Teilbaum T1 und der Teilbaum, der rechte Teilbaum hier Z, dass die zu diesem Zeitpunkt auf der gleichen Höhe waren. Also müsste ich eigentlich hier so einen Cooler malen für meinen Teilbaum T1. Hier müsste eigentlich der Teilbaum sein und hier müsste der entsprechende Teilbaum so hängen. Okay. Ja. Dann gibt es keine Höhenvariantenverletzungen, was aber trotzdem irgendwie passiert sein kann, weil uns im Fall rechts rechts oder auch im Fall rechts links die entsprechenden Einfügungen hier unten in den Baum Teilbaum Z getroffen haben, was uns trotzdem passieren kann, dass sich die Höhe und des Teilbaums Z um 1 erhöht hat. Okay. Diese beiden Teilbäume, der Teilbaum T1 hier, den ich hier so kriekelig, krakelig reingezeichnet habe, der hier, und der Teilbaum Z, die hatten bisher irgendwie die gleichen Höhen, gar kein Problem. Jetzt hat sich die Höhe dieses Teilbaums Z an der Stelle um 1 erhöht, aus der Sicht der Höhenvariante immer noch kein Problem, aber wir müssen die Höhe unseres Knotens T anpassen. Die Höhe unseres Knotens T wird sich um 1 erhöht haben, weil sich hier die Höhe unseres Teilbaums Z potenziell erhöht hat. Alles klar. Also, obwohl kein Rebalancing irgendwie ausgeführt werden musste, weil vorher wirklich alles total in Waage und total im Balance war, muss vielleicht trotzdem, ohne Rebalancing, trotzdem noch die Höhe von unserem T angepasst werden. Kann sein, dass sich die Höhe von T tatsächlich hier um 1 erhöht hat. So. Das war die, das war die Diskussion von Rebalancing. Rebalancing. Und ich würde mal behaupten, dass damit das kniffligste Stück, das kniffligste Stück Algorithmik und Datenstrukturmanipulation, die uns hier in diesem Semester Informatik 2 irgendwie treffen wird, dass wir die damit an der Stelle besprochen haben. Wer sich irgendwie durch diese AVL-Rebalancing und Rotationsoperationen irgendwie durchführen kann und dabei irgendwie den Überblick über die entsprechenden Teilbäume und Pointe irgendwie behält, awesome. Schlimmer wird es jedenfalls hier im Rahmen der Vorlesung Informatik 2 nicht. Ich gucke auf das Wetter. Ja, ist nicht schlimmer geworden draußen, aber ist noch immer mega grau. Ich sehe immer noch die Blitze zucken hier an der Stelle. Ich gucke auf die Uhr, 35 Minuten. Sauber sind wir durchgekommen. Das ist eigentlich das letzte Video hier im Rahmen des Chapters 10. Ich werde noch ein kleines Video nachschieben, ein Nachbrenner-Video, in dem ich euch einen Benchmark zeige, in dem man sehen kann, dass tatsächlich AVL-Bäume gegenüber BSTs, die dann doch in Imbalance geraten können, tatsächlich echte Performance-Vorteile haben. Wir haben jetzt den ganzen Aufwand hier getrieben und haben rotiert wie der Teufel und so weiter. Dann wollen wir wenigstens in einem kurzen Video, in dem siebten Video, in dem allerletzten Video hier in diesem Chapter 10 tatsächlich auch die Ernte einfahren. Und genau das machen wir in den nächsten, ich denke mal, sehr, sehr kurzen Video. Alles da. Vielleicht seid ihr da mit dabei. Ich freue mich drauf. Haut rein. Bis bald. Ciao.